A 3.2. Berechnen Sie das Volumen V eines solchen Spielzeugkreisels? So, rechts nochmal die Skizze des Kreisels. Ich habe auch nochmal die bekannten Größen alle aufgeschrieben. Und jetzt soll man das Volumen dafür berechnen. Wichtigstes vorneweg ist erstmal herauszufinden, was für Körper sind alle beteiligt. Hier unten sieht man glaube ich A, B, C und dann wieder zurück. Das ist eine Halbkugel. Und zusätzlich haben wir hier ein F, B, E. Ich zeichne es mal grob nach. Einen großen Kegel drin, der allerdings hier im Prinzip sich mit der Halbkugel überlappt. Also dieser Teil ist irgendwie doppelt. Also kann man sich mal wie folgt überlegen. Das Gesamtvolumen lässt sich berechnen aus Volumen der Halbkugel plus Volumen des Kegels. Und jetzt muss man diesen doppelten Teil, also diesen gestrichelten Kegel, im Prinzip nochmal abziehen. Ich nenne es mal kleinen Kegel. So, jetzt muss man nur diese drei Teilvolumina berechnen. Und dann hat man eigentlich schon die Aufgabe erledigt. Fangen wir mit der Halbkugel an. Da finden wir in der Formelsammlung die Formel für die komplette Kugel, nämlich 4 Drittel mal R² mal Pi. Auf Seite 38 sind die zu finden. Und da wir nur die halbe Kugel im Volumen brauchen, schreiben wir einfach eine Halb davor. Also 1 halb mal 4 Drittel mal. So, jetzt brauchen wir den Radius. Der Radius ist An. Wir haben ja vorhin erklärt, wenn Ac die komplette Länge ist, dann ist An genau die Hälfte. Also 2,5 hoch 3 mal Pi. Und das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Das ist eine Größe von 32,72 Kubikzentimeter. Also Zentimeter hoch 3. So, damit hätten wir den ersten Teil schon mal erledigt. Dann kommt Volumen des großen Kegels, also vom FBE. Die Formel befinden wir auf der gleichen Seite, etwas höher. Nämlich ist 1 Drittel mal Radius zum Quadrat. Der Radius hier ist die Strecke Fm. Ich schreibe es mal noch so auf, damit man es nachvollziehen kann. Weil jetzt hier mehrere Größen beteiligt sind, mal Pi. Und jetzt mal die Höhe. Und die Höhe des großen Radius ist die Strecke MB oder BM. So, wir kennen alles davon. Also 1 Drittel mal Fm haben wir in der vorherigen Aufgabe ausgerechnet. 1,04 mal Pi mal die Strecke BM sind 4,5 Zentimeter. Wieder einen Taschenrechner eingeben, ausrechnen. Und das ergibt dann ein Volumen von 3,10 Kubikzentimeter. So, als Dritten brauchen wir noch den kleinen Kegel. Gleiche Formel. Also 1 Drittel mal, jetzt Radius, brauchen wir diesmal die Strecke Gn mal Pi. Als Höhe brauchen wir die Strecke Bn. So, Gn ist bekannt, haben wir vorher ausgerechnet. Bn ist bekannt. Das ist ja, wie vorhin erwähnt, genauso lang wie An, weil es hier unten ein Halbkreis ist. Also haben wir auch hier alle Größen. 1 Drittel mal Gn wäre 0,58. Ja, wir haben schon wieder das Quadrat vergessen. Mal Pi mal Bn sind, ja, die 2,5 Zentimeter. Und das typen wir jetzt wieder in den Taschenrechner ein und folgt daraus ein Volumen von 0,88 Kubikzentimeter. So, alle Volumen lassen sich also problemlos berechnen. Jetzt nochmal den Gesamtschritt durchführen. Also Gesamt ist gleich Volumen der Halbkugel plus Volumen des großen Kegels minus Volumen des kleinen Kegels. Und das können wir auch in den Taschenrechner eingeben und dann kommt raus ein Gesamtwert von 36,94 Kubikzentimeter.